Hallihallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Cube hier auf Failzone.de Ich habe den Sound diesmal ein bisschen leiser gemacht, damit man mich ein bisschen mehr hört. Ich bin immer noch der Korga A90 und ich würde sagen, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und diesmal machen wir auch wirklich da weiter, wo wir aufgehört haben. Und das dürfte nämlich das Rätsel gewesen sein mit diesen lustigen... lustigen... Okay, nein, das ist nicht das. Ach, wie doof, man muss doch nochmal das Komplette dann hier neu machen. Das wusste ich nicht. Aber das geht hier relativ fix, deswegen machen wir das jetzt mal schnell so. Weil das jetzt extra rauszukannen wäre zu viel Verleih, sag ich mal. Weil das ging ja echt wirklich schnell hier. Und ich glaube, hier hatten wir sogar direkt... ja genau, hier hatten wir aufgehört. Wo ist denn der Ball momentan? Da ist der Ball. Hier ist der Ball. Hier ist der Ball. Hier ist der Ball, hier ist der Ball. Was müssen wir tun? Wir müssen... hm... Wir müssen... Wir müssen... Ich würde sagen, dass wir das müssen. So und so. Vielleicht so... und... so. Ach nee, Quatsch! Was mach ich denn? Ich bin so dämlich. Nein, wir müssen natürlich was anderes machen. Und zwar müssen wir das hier machen. Wir sind noch gar nicht wieder da, wo wir eigentlich tun wollen. Jetzt dürfen wir so da sein. Nee, die waren noch nicht. Ei, ei, ei. So, wir haben den Ball da. Wir haben das Gelbe hier. So wie Ines, glaube ich. So, dann schieben wir das Ganze einfach mal hier rüber. So. Ganz genau. Machen wir erstmal... Jetzt sind wir da, wo wir hin wollten. Genau, jetzt sind wir hier. So, wir haben den Ball da. Ja, wir haben das hier hier. Wir wollen... Ich glaube, wir wollen das so machen. Ich glaube. Ich weiß es nicht. Ähm... Dann wollen wir noch das hier. Und... Wobei, wir wollen es so rum. So, und jetzt machen wir einfach mal so wie ich denke, wie es richtig ist. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Ähm... Ich bin jetzt auf einem roten Ball. Jo. So. Der Ball ist... Da. Liegt jetzt auf. Gelb. Okay. Dann müssten wir doch jetzt... Eigentlich würden wir jetzt einfach einmal zurückdrehen den Ball dahin bekommen, wo ich ihn gerne hätte, oder? Moment. 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 Ach, ich bin doch doof. Okay, wir drehen noch einmal so. Ich ziehe jetzt den hier ein. Ich ziehe jetzt den hier ein. Und jetzt sollte es funktionieren, wie ich mir das denke. So. Hä? Wieso nicht? Dann müssen wir es doch so machen. Dann müssen wir es doch so machen. So. Gucken wir jetzt nochmal. Der Ball ist da. Gelb ist hier. Da ist rot. Äh. So wollen wir es ja eigentlich auch nicht. Moment. 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 Ich kriege das. Oh, Mensch. Wie geht das am düsten? Ich würde sagen, noch einmal so. Dann nochmal so. Aber er rollt nicht weit genug. Er rollt da nicht weit genug. Aber wenn ich jetzt nochmal drehe, fällt er bald wieder sonst grün. Jetzt liegt er ja wieder da unten. Hm. Ich muss ehrlich gestehen, ich verstehe es gerade nicht. Moment. Probieren wir es so. Uh. Moment. Jetzt so. Nein. Genau so funktioniert es. Genau so funktioniert es. Genau so funktioniert es. Oh, fuck. Oh, wie ich mich gerade ärgere. Okay. Okay. Aber zumindest wissen wir jetzt wie es funktioniert. Nochmal so. Wo ist das? Wo ist der Ball? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Du bist in deinem Hand. Ich bin sicher. Oh, gut. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Wow, das ist echt nicht einfach, muss ich ehrlich gestehen. Okay, das hier ist jetzt wieder einfach. Weil hier müssen wir einfach nur das hier tun. Aber ich denke, wir haben auch das Kapitel abgeschlossen, oder? Vielleicht gehe ich mal von aus, oder nicht? What the fuck? Was geht denn jetzt? Wie geht denn jetzt hier? Ähm, okay. Draußen? Nicht? Oder, nee, hä? Ah! Okay, ach du Scheiße. Jetzt kommen auch noch Lichträtsel mit dazu. Oh Gott! Ähm... Ähm... Okay Das ist richtig hardcore tricky, ey Äh What? Ah, okay Wir müssen jetzt Das hier nochmal runter machen Jetzt müssen wir auch noch raten, wie wir hier hochkommen Wow Wir wollen einmal nach komplett ganz oben Jetzt aktivieren wir das Und jetzt können wir das Ding als Pferde benutzen Supergeil Muss ich ehrlich sagen Also das ist wow You wanna troll me? Serious? Uh Let's go Das ist ja Oh, yes. So, äh, nee. Erstmal runter, damit wir uns draufstellen können. Hallo. Draufstellen, genau. Und jetzt nach oben. Aufzug. Oh, yeah. So schwer ist das Ganze gar nicht. Ich hatte mit Schwererem gerechnet. Oder mit Schlimmerem, könnte man sagen. Äh, das ist jetzt mies. Wahrscheinlich müssen die sogar beide gleichzeitig aktiviert werden, so wie ich die kenne. Ah, Moment. Wie weit sind die auseinander? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das heißt, 2 Meter noch rüber? Ah, f***. Um einen habe ich mich verzehlt. Hä? Ne, um zwei. Eins, zwei. So, jetzt müsste es passen. Oder? Ja, jetzt passt. So, das hätten wir auch gelöst. Und so schwer war das gar nicht. Ähm, ich will einmal hier drauf. Ich will das Ganze jetzt einmal hochlassen. Ach, Quatsch. Da will ich hin. Ah, okay. Schon kapiert. Ähm, kommt mal hier rüber. Ist auch okay. War zwar nicht dahin, wo ich es eigentlich haben wollte, aber... Sollte auch so gehen. So, und jetzt sollten wir dann nämlich auch hochkommen. Ganz genau. Pippo. Attraktiv. Okay. Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.